Olaf gegen den Rest der Welt. Jetzt komm, kiff mal an. Der hat einen riesen Fanclub, oder? Der Olaf. Sag ihn doch mal an. Auf dem YouTube-Kanal, ja. Das geht doch bestimmt. Malze und die Pumpe. Ich bin für ein doppelter Gelettstauber. Doppelt und doppelt Käse, okay? Probier mal an der Woche. Ja, da ist noch ein. Die sind gut. No, no, no. Das ist noch ein Abbrecher. Was bastelst du da? Ich mach hier einen Intelligentest. Für Kinder. Von Kinder für Kinder. Super, ne? Ja, zwei Schalt, gell? Ja. Ich hab eins schon gelöst.